Sehen wir doch mal nach, wer sich hinter dieser Maske verbirgt. Na, das ist doch der alte Mr. Wizz, aus dem der Geisterrummelplatz gehört. Und man hätte mich niemals gekriegt, wenn ihr dämlichen Kinder nicht rumgeschnüffelt hättet. Heute gehen wir zum Rummelplatz und fahren mit der Geisterbahn. Blin, bam, blin, bam, fahren mit der Geisterbahn. Heute gehen wir zum Rummelplatz und fahren mit der Geisterbahn. Blin, bam, blin, bam, fahren mit der Geisterbahn. Unsere Murmeln und Vampire nach Toterfahrung im Fahrstuhl zur Halle. Ich steh heut auf dem U-Blitzchef, trau nicht mal was. Komm einfach mit, nein. Heute gehen wir zum Rummelplatz und fahren mit der Geisterbahn. Blin, bam, blin, bam, fahren mit der Geisterbahn. Heute gehen wir zum Rummelplatz und fahren mit der Geisterbahn. Blin, bam, blin, bam, fahren mit der Geisterbahn. 7,50 Euro kostet die Fahrt. Darauf hab ich schon den ganzen Monat gespart. Ich steh heut auf dem Kursi-Geschick. Trau nicht mal was. Komm einfach mit, nein. Heute gehen wir zum Rummelplatz und fahren mit der Geisterbahn. Blin, bam, blin, bam, fahren mit der Geisterbahn. Heute gehen wir zum Rummelplatz und fahren mit der Geisterbahn. Blin, bam, blin, bam, fahren mit der Geisterbahn. Blin, bam, blin, bam, fahren mit der Geisterbahn. Blin, bam, blin, bam, fahren mit der Geisterbahn.